Musik Ja, die zweite Runde in der Münsterung beginnt, nachdem ja der letzte Tag hier nochmal die große Demo war, gegen den Bürgermeister. Ist Hagen die Woche nicht mit dabei, nicht weil die Demo war, sondern weil er eh nur eine Woche dabei sein konnte. Jetzt hat die neue Regierung das Bürgermeisteramt übernommen, die beiden Mädels sind acht, neun und die dritte ist noch offen. Ja, wir werden gucken, was passiert und im Hintergrund seht ihr schon das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt gibt fleißig Karten wieder aus und auch in der zweiten Woche werden es hier 250 Kiddies die Stadt bevölkert, also etwas weniger als die letzte Woche. Aber dafür sind viele dazwischen, die schon zwei Wochen mitmachen und jetzt gesagt haben, was sie alles Willes vorhaben. Und das werden wir später sehen im Laufe der Woche, was daraus wird. Viel Spaß für alle. Ich bin Lukas und bin so früh gekommen zu Neumünström, weil ich ganz gerne Polizei mit meinen besten Freunden werden wollte. Ich bin Lukas. Ich bin so früh hier, weil ich unbedingt mit Polizei hier allgemein hier mal so gucken wollte, was es hier für Jobs gibt. Und ja, hallo, ich bin Mika und ich bin hier hergekommen, so früh hergekommen, damit ich mit meinen zwei besten Freunden hier Polizei wählen konnte und weil ich mir das ja die ganze Kulisse auch mal angucken wollte, wie das so ist. Hallo, ich bin Till Siebschlag von Neumünström und ich bin hierher gekommen, weil ich Langeweile in den Ferien hatte und ein paar Freunde von mir haben gesagt, dass es hier cool sein soll. Dann bin ich hierher gekommen und habe mir halt so einen Job geholt, der mir ganz gut gefallen hat. Und jetzt bin ich auch noch in der zweiten Woche da. Ich bin im Freizeitpark angestellt, war aber auch schon beim Radio und bei der Polizei. Hallo, ich bin Jonas Norg von Neumünström und ich bin hier, weil meine Schule Flyer hierfür ausgeteilt hat und ich dachte, für die langweiligen Ferien manchmal ist das eine ganz gute Beschäftigung hier. Ich war bereits hier bei der Polizei, beim Radio und bei der Bank. Jetzt bin ich wieder bei der Bank und ich finde das hier sehr schön. Macht Spaß!